Ich wusste gar nicht, dass Paulus so romantisch war. Wie war sie? Deiner Meinung nach? Anders. Und du bist nicht anders, als die Leute denken. Und du bist nicht anders, als die Leute denken. Und du bist nicht anders, als die Leute denken. Sie kennen Paula? Ich hab mich noch nie jemandem so nah gefühlt. Ich dachte, wir machen heute vielleicht was zusammen. Das ist meiner. Ich bin Paulus Fester, Marlene. Ich kann dich nicht behalten. Wo ist Paula? Meinst du, sie hat es mit Absicht getan? Hey, was soll das werden, wenn's fertig ist? Du darfst dir doch helfen. Ich bin dein Bruder, verdammt nochmal. Du interessierst dich nur für Gespenster. Du machst sie doch jetzt nur schlecht, weil du eifersüchtig bist. Weil du nie warst wie sie. Ich wusste gar nicht, dass Paulus so romantisch war. Und du bist nicht anders, als die Leute denken. Für die da draußen bin ich unsichtbar. Keiner sieht mich. Und trotzdem bin ich da. Du bist so schön. Ich war nie wie sie. Sie fehlt mir so. Ich bin jeder von euch. Ich war nie wie sie. Vielen Dank.